Hallo zusammen, ich bin jetzt gerade in Myanmar, außerhalb von Yangon, in einem Flüchtlingslager, wo die Menschen, die vom Norden geflüchtet sind, hier unterkommen. Aufgrund der multiplen Krisen hier in Myanmar gibt es leider sehr viele Flüchtlingslager und die Menschen haben keinen Zugang zur medizinischen Versorgung. Aber dank Sonne und dank unserem Team vor Ort können wir hier regelmäßig unser Ärzteteam herschicken, mindestens ein-, zweimal im Mord kommt, kommt unser Team vorbei. Wenn Krankheiten diagnostiziert werden, wenn wir es mit Medikamenten behandeln können, haben wir auch unsere mobile Apotheke dabei, wo unsere Mitarbeiterinnen von der Sonne professionell die Medikamentenausgabe machen. Und dank der Spenden für unseren Notfallfonds sind wir diesmal auch wieder in der Lage, den Kreis zu verteilen, denn das Lebensmittel hier in Myanmar ist knapp, ist teuer und die Menschen in der Flüchtlingslager können es sich einfach fast nicht mehr leisten, regelmäßig zu essen. Und dank eurer Unterstützung können wir von Sonne hier wirklich einen Unterschied machen für Menschen, die etwas verdient haben, dass wir nicht wegschauen, sondern wir gemeinsam diesen Menschen helfen. Ich schicke euch liebe, liebe Grüße aus Myanmar, euer Amen.